Ein gesegnetes und gesundes neues Jahr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist die katholische Presseschau aus dem Studio von Kirche in Not in München. Mein heutiger Gast ist meist hinter der Kamera heute einmal davor. Max Gronerwitter, katholischer Theologe, Journalist und Macher zahlreicher Filmporträts und Dokumentationen. Lieber Herr Gronerwitter, schön, dass Sie heute da sind. Grüß Gott, Herr Lehner. Das neue Jahr beginnt, wie das alte aufgehört hat. Corona macht uns zu schaffen. Je länger die Pandemie, je geladener die Debatte. Sind die Einschränkungen verhältnismäßig? Neben Angst und Betroffenheit tritt Wut und Aggression. Unter sogenannten Querdenkern sind auch Christen. Kreuze gehören zum Repertoire vieler Corona-Demos. Ein Umstand, der den Augsburger Bischof Bertram Mayer zu heftigem Widerspruch veranlasst. Die Zeit zitiert ihn. Das ist nicht nur eine Instrumentalisierung des Glaubens, das ist ein Verbiegen des Religiösen. Wir müssen hier als Kirchen, als Christen sehr aufpassen. Wir müssen uns davon distanzieren. Der Spiegel fragt, wer sind diese Protestchristen und woher kommen sie? Antwort, oft aus Sachsen und Baden-Württemberg. Die Lage dort erinnere an den sogenannten Bible Belt in den USA. Und wie in Amerika habe der religiöse Fundamentalismus auch in Deutschland mittlerweile einen politischen Arm. Besonders rund um Dresden und Stuttgart verwandelt sich das Unbehagen in Zorn. Und das liegt auch an der AfD. Offiziell gibt sich die Partei überkonfessionell. Tatsächlich suchte sie vor allem in ihren Anfängen den Schulterschluss mit evangelikalen Gemeinden und den Fürsprechern aus den deutschen Bible Belts. Ja, Herr Kroner-Witter, konservative Christen gleich Fundamentalisten gleich AfD. Geht diese Gleichung im Blick auf die Corona-Proteste auf? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist sehr gefährlich, wenn man hier alles über einen Kamm schert. Ich glaube, es ist ein Sammelsurium an ganz verschiedenen Gruppierungen mit ihren je eigenen Motiven. Manche berechtigt, manche weniger berechtigt. Aber ich würde mich auch der Meinung des Augsburger Bischofs anschließen, dass man hier sehr vorsichtig sein muss. Denn ich denke, wir leben heute in einer säkularen Gesellschaft, wo viele gar nicht mehr wissen, wofür das Christentum eigentlich steht. Und wenn hier der Eindruck entsteht, weil medial vermittelt, dass das die Christen sind, die da mit Kreuzen voranschreiten im Schulterschluss mit der AfD, das halte ich auch für sehr gefährlich. Und ich glaube, dass die Gefahr eben mit zunehmender Säkularisierung wächst. Und deswegen muss man hier wirklich, glaube ich, die Bremse reinhauen. Damit sind wir schon bei meiner zweiten Frage. Wie umgehen als Kirche mit solchen Protestlern in den eigenen Reihen? Harte Abgrenzung oder doch eher Dialog? Also Abgrenzung ja, aber nicht Ausgrenzung. Ich bin eigentlich schon prinzipiell dafür, dass man auch mit denen einen Dialog führen sollte. Gleichwohl weiß ich natürlich, wie schwer es ist, sozusagen gerade mit fundamentalistischen Gruppen einen Dialog zu führen. Ich glaube, umso wichtiger ist es jetzt, dass man sich jetzt nicht da in Polemik vergeht, sondern dass man einfach positiv selber zum Ausdruck bringt, wofür steht denn eigentlich Kirche? Und jetzt bezogen auf Corona meine ich einfach, es müsste ganz klar auch vermittelt und kommuniziert werden, wo, was die kirchliche Position ist, dass eben Corona keine Strafe Gottes ist, dass da nicht irgendwelche Verschwörungen dahinter stehen. Oder dass auch ein Vergleich wie zum Beispiel, dass die Corona-Maßnahmen wären, wie das Ermächtigungsgesetz der Nazis, dass man da einfach sagen muss, das ist Quatsch. Bleiben wir beim Weg der katholischen Kirche in Deutschland. Ein Begriff wird auch im neuen Jahr Reizwort für die einen, Hoffnungsvokabel für die anderen bleiben. Der Synodale Weg. Kommt dazu jetzt Kritik von höchster Stelle? Der Papst meldete sich zu Wort. Eindeutig, uneindeutig. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, Papst Franziskus hat Kirchenreformen nach rein demokratischen Maßstäben eine Absage erteilt. Manchmal bin ich sehr traurig, wenn ich eine Gemeinschaft sehe, die glaubt, der Kirche mit Versammlungen zu helfen, als wäre sie eine politische Partei. Franziskus zitiert dann fiktive Diskussionen, aber die Mehrheit, die Minderheit, und das ist wie eine Synode, ein synodaler Weg, den wir einschlagen müssen. Man habe das Feixen der Gegner des synodalen Wegs förmlich hören können, kommentiert Joachim Frank auf katholisch.de. Doch so simpel sei es nicht, wie der Papst es schildere. Wo würde die Kirche landen, wenn es nicht mehr auf Mehrheiten ankäme? Das nächste Konklave mit der Wahl des neuen Papstes fiele flach. Mit Gebet und Predigt, Nächstenliebe und der Heiligen Messe allein ist halt nicht nur kein Staat zu machen, sondern auch keine Kirche. Und ja, Herr Kronerwitter, wieder stellt sich die Gretchenfrage, hat Demokratie in der Kirche Grenzen oder was bedeutet das für die Zukunftsfähigkeit der Kirche? Also natürlich, die Kirche ist keine Demokratie und über Glaubenswahrheiten kann man nicht abstimmen, wie das meinetwegen auf einem Parteikongress ist, wo es um die Parteiprogramme geht. Dennoch, glaube ich, darf man nicht vergessen, natürlich gibt es demokratische Elemente in der Kirche und die sind wichtig für die Zukunftsfähigkeit. Und natürlich ist das Mehrheitsprinzip etwas ganz Wichtiges, übrigens auch bei Glaubenswahrheiten. Ich meine, wenn wir zum Beispiel an unser Glaubensbekenntnis denken, also das ist zum Teil formuliert worden, 325 auf dem Konzil in Nicaea. Ja, da war es eine Mehrheit, die sich dafür ausgesprochen hat und eine Minderheit, damals waren es die Arianer, sind sozusagen als heretisch erklärt worden. Das zieht sich durch die ganze Geschichte der Kirche, dass einfach Mehrheiten im Grunde auch das Glaubensgut zum Leuchten gebracht haben und so war es auch ab dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Das heißt, man hat der Mehrheit immer auch zugebilligt, dass hier sozusagen Wahrheit sich konkretisiert oder dass hier auch der Geist Gottes, wenn man es einmal theologisch formuliert, zum Ausdruck kommt. Übrigens beim Zweiten Vatikanum sogar noch einen Schritt weiter, dass man auch vom Sensus Fidelium spricht, also vom Glaubenssinn, der in der Kirche auch eine wichtige Funktion hat, als, sagen wir mal, als prophetische Kraft. Also wo man auch den Laien in Abgrenzung zum Amt der Hirten sozusagen zugesteht, dass hier in den Mehrheiten eben der Geist Gottes wirkt und von daher auch demokratische Elemente wichtig sind. Also wir sind keine Demokratie, aber demokratische Elemente und Mehrheitsprinzipien brauchen auch wir in der Kirche für die Zukunft. Also Streit und Ringen, auch im Glaubensverhalten gehört immer dazu. Daran anschließend, was kann oder muss man im neuen Jahr vom Synodalen Weg erwarten, gerade auch mit Corona-Erfahrung, die ja doch auch für die Kirche eine ganz besondere war. Also ich habe erst gestern Abend die Möglichkeit gehabt, also bei einer Diskussion mich mit drei Teilnehmern des Synodalen Weges zu unterhalten. Und mir ist dabei wie immer klar geworden, es geht gar nicht so sehr darum, was eigentlich rauskommt bei dem Synodalen Weg, sondern dass er stattfindet. Also ich denke, es gibt keine Alternative dazu. Und deswegen, glaube ich, haben auch manche Bischöfe vielleicht mit Bauchschmerzen, aber dann doch letztlich einstimmig zugestimmt, dass dieser Weg möglich ist. Denn was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, dass man diesen letzten noch verbleibenden Christen innerhalb der katholischen Kirche, die kämpfen für einen zukunftsfähigen Weg der Kirche, dass man denen sagt, also euer Votum ist für uns nicht wichtig, in Rom wird entschieden und wir brauchen euer Votum nicht. Also ich meine, ich bin Familienvater, ich habe drei Kinder und glauben Sie mir, auch da in der Familie werden manchmal Diskussionen geführt, wo ich mir sage, mir wäre es lieber, sie würden nicht geführt. Und trotzdem ist es für mich immer ein Zeichen dafür, dass die Familie lebendig ist und ich bin froh, dass die Kinder das alles aufs Tablett setzen und legen. Und ich glaube, so ist es auch mit der Kirche. Also ich glaube, man muss umgekehrt sagen, was wäre das für eine Weltkirche, wenn nicht sozusagen die deutsche Kirche dann den Leuten oder den Entscheidungsträgern in Rom auch signalisiert, was sie denkt oder was sie glaubt, dass ein Weg, ein gangbarer Weg in die Zukunft wäre. Und vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, also man meint immer, das wäre sozusagen, das sind ja ein paar Deutsche, die Deutschen, die wollen da immer ihren eigenen Weg. Aber das ist auch bei der Diskussion gestern sehr deutlich zum Ausdruck gebracht worden. Auch das, was sich hier in der Synodalen Kirche Deutschlands jetzt da abspielt, das wird sehr wohl von vielen, von Franzosen, von der amerikanischen Kirche, auch von lateinamerikanischen Kirchen begleitet und verfolgt. Also man will hier schon auch wissen, was da passiert. Stichwort Leben und Überleben. Gott heißt ein Theaterstück von Ferdinand von Schierach, inszeniert als Fernsehspiel in der ARD mit Beteiligung der Zuschauer. Eine TED-Abstimmung über Leben und Tod, konkreter Pro oder Contra Tötung auf Verlangen. Neben der ethischen Frage geht es auch darum, ist die Haltung der katholischen Kirche zum Lebensschutz noch relevant? Die katholische Position in der Gestalt eines fiktiven Bischofs sei in dem Theaterstück verkürzt dargestellt, kritisiert die Moraltheologin Kerstin Schlögl-Flierl im Gespräch mit dem Deutschlandfunk Kultur. Selbstbestimmung werde sehr auf der Seite der Befürworter der Suizidbeihilfe gesehen. Auch wir im Christentum würden Selbstbestimmung als wichtigen Wert anerkennen, aber relational gedacht. Es müsse ausbuchstabiert werden, dass man auch bei einem Suizid und dessen Beihilfe in Beziehungen eingebunden sei. In der Debatte nach dem Fernsehspiel machte Stefan Reder von der Tagespost trotz aller Kritik an der katholischen Position folgende Beobachtung. Es wurde offenbar, dass die Befürworter des ärztlich assistierten Suizids am Ende eben doch nicht auf die Zustimmung des Arztes und den Segen der Kirche verzichten wollen. Wozu sollte das überhaupt erforderlich sein, wenn es doch allein der eigene Wille ist, der zählt? Die Frage reiche ich an Sie weiter, Herr Kroner-Witter, und spitze noch ein bisschen zu. Ist der Lebensschutz die letzte Bastion der Kirche, wo sie ihren Einfluss gelten machen kann? Nein, ich glaube nicht, dass es die letzte Bastion ist. Ich meine, es gibt einige Bereiche, wo, glaube ich, die Kirche auch sehr wortgewaltig sich zu Wort meldet. Wenn Sie zum Beispiel denken an den Sonntag, an die Aushöhlung des Sonntags oder die Flüchtlingsfrage. Ich meine, natürlich hat sich es verändert in der Nachkriegszeit. Da waren vielleicht die katholischen Positionen, haben direkt Eingang gefunden in so manches Gesetzesvorhaben. Heute ist die Stimme der Kirche eine unter vielen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass man auch großen Wert legt in der Gesellschaft auf die Stimme der Kirche. Also egal, ob jetzt irgendwelche runde Tische zusammengestellt werden oder irgendeine Ethikkommission berufen wird. Man wünscht sich, dass die Kirche auch von politischer Seite her wünscht man sich sozusagen die Stimme der Kirche. Und ich glaube, es ist einfach deswegen auch so, weil die Position der Kirche ist irgendwo nachvollziehbar und ist irgendwo verlässlich. Da weiß man, die sagen nicht heute so und morgen ganz anders, weil im Grunde die Kirche einfach ein theologisches Fundament hat. Ich meine, wenn ich sagen kann, gerade beim Lebensschutz, dass das Leben ein Geschenk Gottes ist, dann ist das eine andere Position, wie wenn ich die Würde des menschlichen Lebens immer wieder je nach philosophischen Ausrichtung neu begründen muss. Also von daher denke ich, ist auch die Stimme der Kirche schon wichtig und wird auch noch gehört. Sie sagen, die Stimme der Kirche ist erwünscht. Als Dokumentarfilmer, als Theologe sind Sie auch bisweilen manchmal sehr nahe dran am Menschen in Grenzsituationen, gerade wenn es um Leben und Tod geht, wie sollte Ihrer Meinung nach Kirche auch in so einer pluralistischen Gesellschaft umgehen mit solchen doch sehr existenziellen Themen? Also ich glaube schon, dass die Kirche eben auch nicht nur zu existenziellen Dingen einfach sich äußern sollte, sondern die Kirche ist ein Begleiter des Menschen und als Begleiter des Menschen ist sie sozusagen nicht nur für existenzielle Fragen. Also es wäre mir zu wenig, wenn man jetzt sozusagen sagen kann, also ansonsten gestalten wir unser Leben, wie wir wollen, bloß bei existenziellen Fragen, also am Ende des Lebens und am Anfang, da darf dann auch die Stimme, die Kirche ihre Stimme erheben. Also mich stört es auch nicht, dass die Kirche sozusagen zu ganz vielen Themen auch ihre Meinung hat, ob das jetzt die Schönheitsoperationen sind oder ob das jetzt meinetwegen die Thematik ist, Genussmittel und so. Also Kirche äußert sich in sehr vielen Bereichen und gerade in der heutigen Zeit, wo man ohnehin ganz wenig Orientierung findet, wo es für viele ganz schwierig ist, einfach irgendwie so einen Rahmen zu finden, da ist es eigentlich in meinen Augen eher positiv, dass die Kirche auch zu ganz vielen Themen etwas sagt, wobei eine Einschränkung möchte ich vielleicht hinzufügen, also sie sollte vielleicht nur dort reden, wo sie das selber auch selber einlösen kann. Also wieder das Thema Glaubwürdigkeit, also sich irgendwo als große moralische Leitfigur aufzuschwingen in Bereichen, wo man sieht, dass sie im Grunde mit den eigenen Handlungen das Ganze zunichte macht, da soll sie bitte eher leise sein. Also Lebensschutz ist nicht nur Anfang und Ende, sondern auch ganz viel dazwischen. Genau. Herr Groner-Wüther, ich danke Ihnen für das Einsortieren aktueller Themen und dass Sie heute mal vor der Kamera waren. Danke fürs Dasein. Gerne. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke fürs Interesse. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.